Hallo und herzlich willkommen zu unserem kurzen Lernvideo, in dem wir uns mit der Frage beschäftigen wollen, wann sage ich eigentlich have und wann sage ich have got, wenn ich damit haben oder besitzen meine. Grundsätzlich sind beide Formulierungen gleichwertig. Wenn ich sage I have a brother, dann bedeutet das, dass ich einen Bruder habe. Es ist aber eher amerikanisches Englisch. Wenn du sagst I have got a brother oder abgekürzt I've got a brother, dann ist das eher britisches Englisch. Da kannst du also entscheiden, was von beidem dir lieber ist. Der Unterschied zeigt sich dann, wenn du beide Sätze verneinst oder Fragen daraus machst. Das liegt einfach an der Wortstellung, die hier anders ist. Gehen wir das erste Beispiel durch. Also die Aussage lautet I have a brother. Wie gesagt, eher amerikanisches Englisch. Wenn du das verneinst, brauchst du das Hilfsverb do. I do not have a brother oder I don't have a brother. Auch wenn du aus I have a brother eine Frage machen möchtest, brauchst du wiederum das Hilfsverb do, das du an den Anfang stellst. Do I have a brother? Im zweiten Fall I have got a brother brauchen wir das Hilfsverb do nicht, weil wir mit have got have bereits als Hilfsverb haben. Das heißt, wenn du das verneinen möchtest, musst du nur noch not einfügen. So wird also aus I have got a brother oder I've got a brother, I have not got a brother oder in der Kurzform I haven't got a brother. Und wenn du daraus eine Frage machst, musst du das Hilfsverb an den Anfang stellen, genauso wie es hier der Fall ist, nur dass du kein du brauchst, weil das have bereits als Hilfsverb verwendet wird. Deswegen heißt die Frage dann, have I got a brother? Ja, und damit weißt du eigentlich auch schon alles, was du zu der Frage, wann sage ich have und wann sage ich have got, wissen musst. Ob du alles verstanden hast, kannst du jetzt mit unseren Übungen überprüfen und dabei wünsche ich dir wie immer viel Erfolg und sage bis bald.